Guten Tag! Die Vorschriften im Bereich der Verrechnungspreise wurden zum 01.01.2019 geändert. Die neuen Verrechnungspreisvorschriften wurden in dem neuen Abschnitt 1a im polnischen Köperschaftsteuergesetz 2019 aufgenommen. Die Konstruktion der in Abschnitt 1a aufgenommenen Regelungen weist direkt darauf hin, dass es sich bei den Adressaten dieser Vorschriften sowohl um die Steuerbehörden als auch die Steuerpflichtigen handelt. Ziel der Novellierung sind die Vereinfachung der seit 2017 geltenden komplizierten Regelungen, die Minderung der mit der Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation verbundenen Belastungen und die Minimierung von Auslegungszweifeln. Diese Änderung soll potenzielle Auslegungsstreitigkeiten anschränken. Es wurde unter anderem folgende Begriffe definiert. Wie wesentlicher Einfluss umfasst drei Bereiche, über die ein Unternehmer wesentlichen Einfluss auf andere Unternehmer ausüben kann. Es geht im Einzelnen um wesentlichen Einfluss, der sich aus Eigentümer, Verwaltungs- oder Kontrollbeziehungen ergibt, von einer natürlichen Person ausgeübt wird, obwohl eine formelle Bevollmächtigung in den Beschlussfassenden oder Aussichtsorganen fehlt, sich aus familiären Beziehungen ergibt. Auch der Begriff Kontrolltes Geschäft bedeutet sämtliche wirtschaftlichen Handlungen mit Handelskapital, Finanz- und Dienstleistungscharakter. Darunter auch die Umstrukturierung Kostenumlageverträgen, Gesellschaftsverträgen von Personengesellschaften, Zusammenarbeitsverträge und Verträge über Liquiditätsmanagement. Die neuen Vorschriften erhöhen die Schwellenwerte, nach deren Überschreitung die Pflicht entsteht, eine Berechnungspreisdokumentation zu erstellen. Der Wert eines Geschäfts ist im polnischen Slot ausgedrückt und nicht in Euro, wie es bis Ende 2018 der Fall war. Die neuen Vorschriften präzisieren auch, dass für die Berechnung der Schwellenwerte der Nettowert, das heißt ohne Umsatzsteuer, zu berücksichtigen ist. Die neuen Schwellenwerte gestalten sich wie folgt. 10 Millionen Slot für den Erwerb oder Verkauf von Waren, Sachanlagen, die Beschaffung oder Erteilung von Fremdfinanzierung, Bürgschaft oder Garantie. Dann 2 Millionen Slot für den Erwerb oder Verkauf von Dienstleistungen, immateriellen Vermögensgegenstände und Rechte, Mitte, Pacht, Leasing oder Lizenz. 100.000 Slote bei Geschäften mit Rechtsträgern mit Standorten, sogenannten Steueroasen. Was auch wichtig ist, die Geschäfte, die zwischen inländischen Verbundenunternehmern abgeschlossen werden, können von der Pflicht der Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation befreit werden. Jedoch unter der Annahme, dass die Bedingungen kumulativ erfüllt werden. Das heißt, die Steuerpflichtigen keinen steuerlichen Verlust tragen und die Befreiung aus Artikel 6, Küperschaftsteuergesetz sowie die Befreiung von Einkünften aus der Ausübung einer Gewerbetätigkeit, die in einer Sonderwirtschaftszone ausgeübt wird, nicht in Anspruch genommen werden. Geändert wurden auch manche Elemente der landespezifischen Dokumentation, Local File und der Stammdokumentation, Master File. Damit sind die OECD-Leitlinien entsprechen. Es ist anzumerken, dass die Vergleichbarkeitsanalyse gemäß der novelierten Vorschriften ein Pflichtelement der landespezifischen Dokumentation ist. Betrifft das dokumentierte Geschäftsdienstleistungen mit geringer Wertschöpfung oder ein Darlehen und erfüllt es die im Gesetz genannten Kriterien, das heißt den Safe Harbor Grundsatz für Dienstleistungen mit geringer Wertschöpfung und Darlehen, so ist es zulässig, dass die landespezifische Dokumentation keine Vergleichbarkeits- oder Übereinstimmungsanalyse enthalten muss. Die Änderungen im Master File betreffen vor allem die Erhöhung der Schwellenwerte für die Erstellung der Stammdokumentation Master File auf 200 Millionen Slote. Der Betrag bezieht sich auf die Einnahmen einer Gruppe verbundener Unternehmer, die der Voll- bzw. Quotenkonsolidierung unterliegen. Des Weiteren ist es möglich, das von einem anderen Unternehmer erstellten Master File unter Wahrung dessen Übereinstimmung mit den polnischen Vorschriften anzuwenden. Die englische Fassung des Master File wird auch akzeptabel sein. Die Steuerbehörde kann jedoch dazu auffordern, innerhalb von 30 Tagen eine polnische Fassung der Dokumentation vorzulegen. Die Änderungen im Bereich der Verrechnungspreise sind grundsätzlich als positiv einzuschätzen, da diese der Vereinfachung der Vorschriften gelten und die polnischen Regelungen den Leitlinien der OECD annähern.